Zwischen dem 24. Dezember und 6. Jänner ist Rauhnachtzeit. Böse Geister sind unterwegs. Also voriges Jahr, ich habe schon so eine Ahnung gehabt. Na, Hexen. Kehrt ein, kehrt ein, ihr Waisen 3. Ich will euch geben, Stroh und Heu. Sieben verschiedenen Bäumen. Und nicht aus dem Wald hinter der Kirche. Da geht nämlich das Böse um. Blutrünstige Holzmasken mit riesigen Zähnen und Armen. Jupp, extra noch den alten Schneiderflinte gefragt. Der kennt sich nämlich aus. So, mir reicht's jetzt. Ich geh' heim. Er ist Rauhnachtzeit. Vielen Dank.